Die ägyptischen Götter waren Menschen. Die Ägypter beschrieben in ihren Texten, dass sie ihre Kultur von einer weitaus älteren Kultur erbten. In dieser prädynastischen Zeit, die die Ägypter Septepi nannten, soll eine weiterentwickelte Zivilisation auf Erden gelebt haben. Und das für einen Zeitraum von 25.000 Jahren. Die Ägypter besaßen Königslisten für diese Epoche und erbten ihr rätselhaftes Wissen von dieser Kultur. Nachdem diese Wesen verschwunden waren und die erste ägyptische Königsdynastie begann, verärte man diese Menschen als Götter. Heutzutage wird diese Zeit als reine Legende abgetan.